Herzlich Willkommen bei TV Total, meine Damen und Herren, es gibt interessante Nachrichten aus Japan, dort gibt es einen neuen Schönheitstrend und zwar, Sekunde. Japaner lieben schlechte Zähne. Krumm, aus der Reihe, tanzend oder kleine Fangzähnchen, diese Art von Kauleiste ist hierzulande nicht gerade das Schönheitsideal, anders ist das in Japan, da ist die Zahnstellung voll angesagt. Das tragen hier auch die Stars, das ist deren Besonderheit. Man glaubt es kaum, aber diese aus deutscher Sicht Verunstaltung kostet umgerechnet 600 Euro. Karin, ist es das wert? Ich werde jetzt nur noch lachen, damit man meine schönen niedlichen Zähne sieht. So, also, wie machen die das? Die erfahren, aber schalte, die nehmen die, äh, die nehmen die Zähne einfach raus, Moment, die nehmen die Zähne einfach raus und dann stecken die umgekehrt wieder rein, oder was? Ich hab noch ein paar andere, passen mal auf. Ich hab noch ein paar anderes, noch lustiger, Sekunde. In Japan, in Japan, in Japan, hier ist es Gott sei Dank noch nicht so weit, meine Damen und Herren. So, ähm, fehlt ja nur noch das, fehlt nur noch da immer gut, ne? Jetzt, wenn in Japan jetzt noch so Spaß, so Spaßbrillen total in werden, können Sie sich vorstellen, das ist lustig, ja? Das ist ein Zähne, mit so Spaßbrillen.